Die Royal Victorian Chain ist eine Auszeichnung, die 1902 von König Eduard VII. Geschaffen wurde eine persönliche Auszeichnung des Monarchen, die dieser nach eigenem Ermessen, also ohne auf den Vorschlag der Regierung angewiesen zu sein, vergibt. Obgleich der Royal Victorian Order sehr ähnlich aussieht, bestehen keine direkten Verbindungen zwischen beiden Auszeichnungen. Die Verleihung der Royal Victorian Chain ist anders als diejenige der höheren Stufen der britischen Orden bzw. der einklassigen Höchstenorden nicht mit einem Adelstitel verbunden. Auch besteht für die Träger weder eine besondere Anrede noch wird die Verleihung durch eine besondere Buchstabenfolge nach dem Nachnamen angezeigt. Die Träger sind noch nicht einmal in der im Vereinigten Königreich besonders aus differenzierten protokollarischen Rangordnung aufgeführt. Dennoch ist es ein Zeichen besonderer persönlicher Anerkennung des britischen Monarchen. Die Kette kann sowohl an Staatsangehörige der Commonwealth Realms als auch an Ausländer verliehen werden. Zurzeit gibt es zwölf lebende Träger der Auszeichnung, von denen nur zwei zur Zeit der Verleihung nicht Staatsoberhaupt ihres Landes waren. Earl of Herley, der langjährige Lord Chamberlain of the Household und Lord Carrey, der frühere Erzbischof von Canterbury, der Königin Elisabeth II., besonders in dem für sie schwierigen Jahr 1992 zur Seite gestanden hat. Da Kanadier nach einem inhaltlich allerdings umstrittenen Beschluss des kanadischen Parlaments keine Adelstitel annehmen dürfen, dient die Royal Victorian Chain auch als höchste Auszeichnung für Kanadier. Die Kette besteht aus goldenen zweireihigen Kettenteilen, die durch Tudor-Hosen, Distillen, Kleeblätter und Lotusblüten verbunden sind, die England, Schottland, Irland und Indien symbolisieren. Vorne ist das Verbindungsstück als emailliertes, begrüntes Monogramm mit den Initialen ERI ausgestaltet, an dem eine ovale Medaille angebracht ist. Auf dieser sind die Initialen von Königin Viktoria VRI auf rotem Hintergrund abgebildet. Auf der blauen Umrandung, die ihrerseits begrünt ist, steht das Wort Viktoria. Sowohl die Krone als auch die Initialen der Medaille sind mit Diamanten verziert. Während Herren die Kette wie einen Halsorden tragen, ist bei Damen vorgesehen, dass sie die Kette mit den oben genannten Motiven an einem Ordensband an der linken Schulter tragen. Prinzessin Margaret, die Schwester von Königin Elisabeth, trug die Royal Victorian Chain jedoch ebenfalls um den Hals, wie dies bei Herren vorgesehen ist. Nach dem Tode des Geehrten muss die Kette zurückgegeben werden. Derzeitige Träger der Auszeichnung Beatrix, Prinzessin der Niederlande Bumibol Adul Yadei, König von Thailand George Leonard Caray, früher Erzbischof von Canterbury Karl XVI Gustav, König von Schweden Antonio Ramalhoianes, früher Staatspräsident von Portugal Harald V., König von Norwegen Juan Carlos I., König von Spanien Margrethe II., Königin von Dänemark David Ogilvy, 8. Earl of Herley, langjähriger Lord Chamberlain of the Household Prinz Philip Duke of Edinburgh Siehe auch Schimmel ophilie 額